Hallo Servus Hallo Wir sind immer wieder Die Progamers Ich hab mein Passwort vergessen Ach ja, weißt du, einfach alles Immer das gleiche nehmen und überall speichern Das ist am sichersten glaube ich Ich guck mir grad meinen Charakter an Diese Helm ist ja immer scheiße Sieht aus wie so ein Fliegenhelden Wie so ein Fliegenkopf oder so Ich log schon mal einen Kannst du machen Ich gibt ja eh nur einen Server hier Kann man nicht verfehlen Was sagen wir denn? Jump it Aber der müsste automatisch einloggen Da, wenn du zuletzt auch gewinnen bist Ja, wir haben die Stufe 6, ne? Sollte wohl vom 28. bis 31. Doppelte EP bekommen Heute ist er noch der 31. Ah cool Es sollte wohl vom 28. bis 31. Doppelte EP bekommen Okay, das ist komischer Deutsch Aber man muss ja nicht alles dem tun, was andere machen hat Ja Hä? Hauptsache, es stehen an Okay, hier bin ich Feuerblut dort Oh Doppelte EPIDEMIE 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 Was gibt's denn hier schwerer sagt man Service Marken und Resortschlüssel Kann man sich anfordern Hier absolut noch ein Okay Gut Die Leifenz Was das? Vorgeschlagenen Inhalte Oh, wie im W-W-W-W vorgeschlagenen Inhalte, weißt du? Hä? Hä? Bei mir, wie immer, der Rotten Oh, das ist etwas länger Hm Ja, du bist ja auch mal im 1998 Rechner unterwegs Ja Äh, was ist das hier? Ab schon gesagt, kannst du dein neues Aktion set bauen und abspeichern, sodass du mühlos zwischen den benötigten Rollen wechseln, was ob Schaden, Heilung oder Tag Das war jetzt ganz schnell Ja Weil wir es nicht verstanden haben Ach, wirst du verstehen Verstehen ist so relativ, ich ist irgendwie gerade reingekommen Ach du! Hey! Warte mal, beweg dich mal nicht Ach so, hier, genau, jetzt kann man nicht Irgendwie muss ich dich doch, ey Wollte dich einladen, wie mach ich denn das hier? Wie war das denn? In Gruppe einladen, hier, glaub ich Wo muss ich diesen Avatar klicken What up, Digga! Woah Da müssen wir irgendwo hin, hier, ne? Irgendwie, was hat man zuletzt gemacht? Wir haben gequestet, aber war nicht irgendwas schon mit Dungeon frei oder so? Äh... Weiß ich nicht Müscht der eigentlich sein Müscht der eigentlich sein Transport... Hauptkonsole Blutrote Insel Ne, da geht nicht hin ... 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 gegeben bei den Typen und da vorne ist auch noch einer, wo bist denn du jetzt? mhm, hier äh, eins bis ins oh, könnt ihr, ach ne, hier vorne direkt tot all jenen, die die Blutpakte verraten hier gibt vielleicht eine weitere Quest so, ok ich stell mal ein Ding auf hier oben, oder? ja, ja, hier kann man was anklicken, na gut neuer Errungenschaft, Kopfjäger ok, sieht aus wie in die Kante hier drin? ne, könnt aber auf C klicken hm keine Kampfquests irgendwie da vorne gibt's auch noch eine Set-Minuten? Soldatenmission freigestellt mhm, 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 mhm mhm, mhm, mhm mhm ich will sehen, was du kannst durch der Uhr der Aadun folge deinem Jägerherzen und ja Hier. Oh ja, du Smiley. Auf die Karte gucken. Du bist der Smiley, ne? Ja. Ich vergesse irgendwie eine Brustung. So, mach mal die Kirstie, oder hast du da nix? Was ist da eine Nägel? Ich weiß jetzt nicht, ob man die killen muss hier, oder? Oh, oh, oh. So clever. Da können wir irgendwas hier eigentlich. Das muss ich denn machen. Du musst die Viecher hier angreifen. Die jetzt nicht zwingend, aber... Ja, weil die hier greifen an. Ja, aber du die angegriffen hast. Echt? Ja. Ich glaube, ich bin aufgestiegen. Bei dir schwimmt auch noch so ein komischer Fisch. Zum Beispiel im Wasser, und ja, da gibt's... ich... Du kann man ohne wir auch hier. Die wird wohl eben gerade nur auch nirgends weg. So, dann wollen wir weitergucken, hier. Was ist das hier für die Ihnen? Affenglanz. Ja, habe ich schon aktiviert, war ein Fallsonder. Achso. Ach, die. Hier muss auch noch was sein. Ist das ein Christ? Hier ist das ein grünes Ding. Abernten. Da muss ich wohl immer wieder hochklicken. Ist da irgendeiner hinter dir? Hier, Weißprankenzuschnapper, so ein Ding zum Beispiel. Zaaack! Herausforderung beginnt! Beginnt! Aha! Hier, guck mal, legt auf die Krippe. Ach so, das sind diese automatischen. Hier? Ja, mach mal, mach mal mit hier. Doppelkill. Da oben ist ein Buch drauf. Kann man nicht mit Doppelspringen hier irgendwie? Guck mal, wir haben einen mal besuchen. Ja, ja, ja. Alles klar, interessant. Guck mal, da ist um zum Pilz. Den kann man auch mal angreifen. Guck mal, da ist um zum Pilz, den kann man auch mal anschauen. Cocteau-Lieb ist das Mies und Typ und Kumpfus Widerling m und den neuen und die Lieblingslust ich bin der Wissen der sind sie an das ist fertig das ist für ihn Prozent und er hat schon als es ist und sie hat das besser ist ich werde sie tun mehr als Töten und gehen und auch die Belohnung bekommen nur Klassenfähigkeit Schock-Auskopf-Doppelschluss ist doch beschlossen ja nicht so normal und der Leister scheinen die mit 20 nicht die Stürmer und gehen Schildstoß bedrohlicher Schlag das Liga nur eine Sache aus dem Schildstoß und die Stauber ich bin schon ein bisschen kompliziert aber ja, man muss ja auch erstmal irgendwie das hier verstehen ja ok oh hier läuft noch eine Zeit, wir müssen jetzt irgendwie mal schnell hier was machen ja das ist ein Spieler der Cloud im Bauch der gibt noch ein Ding wir haben nichts was muss man machen da bin ich noch 35 Sekunden gehört über sie wissen was bitte mehr raus und Klingenschwänze und so ich weiß ich hätte sich aus dem Namen die ist ist es wird der Bescheidung verstehe ich das nicht der leute zeit in der zeit muss eine bestimmte anzahl von dem was sie da wollen umnieten und so wenn man das nicht schafft dann ist man halt ein loser und dann ist sie aber ich weiß nicht ob man diese auch eine herausforderung noch mal machen kann hier sind diese pomeras ich glaube da sind ja so da ist irgendwas, eine 1, was ist er denn hier? hier ist die 1, was sollen wir machen? so keine Ahnung, was mach ich hier? so man soll dieser Blutspur folgen, so war das auch, hier ach so ja, ok dann ach so, ich hab das Vieh gar nicht mehr, oh Gott ich auch nicht oh, ich werde angegriffen ich werde